Oh, nee. Scheiße, jetzt ist es an. Kaputt. Jetzt wird nicht brennbar. Ja, jetzt ist es an. Sag irgendwas Schlaues. Für Bierpumse ich dich. Wenn mir mein Hund am liebsten ist, sagst du, Mensch sei Sünde. Der Hund blüht mir im Sturm und trägt der Mensch nicht mal im Winde. So. Den Hund treibst du dir im Sturm? Hey, Karamba. Warte, Luca, glaub ich mal machen will das. Noch ein bisschen tiefsinniger und ich muss dich kotzen.